Gerade zu Beginn der Erkrankung stellt man sich vielleicht die Frage, ob Diabetes Typ 1 heilbar ist oder nicht. Ich möchte mit diesem Video aber nicht bloß eine Antwort auf diese Frage liefern, sondern dir vielmehr erklären, wie man heutzutage Diabetes Typ 1 behandeln kann. Nach diesem Video wirst du dir diese Frage sowieso beantworten können und verstanden haben, warum es bei der Behandlung von Diabetes Typ 1 wirklich geht. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Nils und dieses Video ist das erste von insgesamt sechs Videos, die sich alle um das Thema Diabetes Therapie drehen. Dabei werde ich in jedem einzelnen Video einen Teilaspekt näher beleuchten, sodass du am Ende dieser kleinen Serie darüber im Bilde bist, wie man heutzutage einen Diabetes Typ 1 vernünftig behandeln kann. Du wirst zudem genau nachvollziehen können, warum etwas in der Diabetes Therapie gemacht wird und was aus welchen Gründen nicht funktioniert. Wenn du die folgenden Videos, die immer samstags online kommen, nicht verpassen willst, dann abonniere doch diesen Kanal. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber lass uns nun zum heutigen Thema zurückkehren, nämlich zu der Frage, ob Diabetes Typ 1 heilbar ist oder nicht. Und die harte Antwort auf diese Frage lautet, nein. Ich möchte dir dabei jetzt erklären, warum das so ist. Und damit wir das verstehen, müssen wir uns einmal nochmal mit den Grundlagen beschäftigen, was eigentlich das Problem bei Diabetes Typ 1 ist. Neben Fetten und Proteinen gehören auch Kohlenhydrate zu unserer Ernährung. Kohlenhydrate bestehen aus kleinen Einzelteilen. Diese kleinen Einzelteile sind Zuckerteilchen, die man auch als Glucose bezeichnet. Stell dir vor, dass diese wie Perlen an einer Kette miteinander verbunden sind. Die Verdauung ist nun so etwas wie ein Hammer, der diese Kette zerschlagen kann, sodass diese Einzelteile nun frei sind. Diese bezeichnen wir jetzt einfach mal als Zucker. Diese Zuckerteilchen gelangen dann erstmal in die Blutbahn. Dann nützen sie dem Körper aber nichts. Damit wir was damit anfangen können, müssen wir den Zucker in die Zellen bekommen. Und dafür brauchen wir diesen Kollegen hier, das ist das Insulin. Insulin ist in der Lage, den Zucker einzusammeln und kann ihn dann in die Zellen werfen. Bei Diabetes Typ 1 fehlt dieser Kollege, sodass kein Zucker in die Zellen gelangen kann. Also kann die Zelle daraus auch keine Energie machen. Der Zucker bleibt also im Blut, sodass die Menge von Zucker im Blut stark ansteigt. Die Folge ist ein zu hoher und gesundheitsschädlicher Blutzuckerwert. Falls dich das Thema genauer interessiert, habe ich hier mal ein Video für dich verlinkt. Dort erkläre ich das Thema etwas ausführlicher. Für jetzt musst du aber nur wissen, dass das Insulin den Zucker in die Zellen bringt. Bei uns Typ 1ern fehlt dieser Kollege, weil dieser von der Bauchspeicheldrüse nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Jetzt wissen wir also, dass die Bauchspeicheldrüse zum Teil ausgefallen ist. Jetzt stellt sich die Frage, welche Aufgaben diese eigentlich hat, und welche Funktionen wir nun ersetzen müssen. Dieses Gebilde hier ist unsere Bauchspeicheldrüse. Sie hat eine immense Bedeutung für die gesamte Verdauung und ist wirklich unverzichtbar. Ihre Hauptaufgabe ist es nämlich dafür zu sorgen, dass sämtliche Bestandteile unserer Nahrung verwertet werden können. Ähnlich wie die eben angesprochenen Kohlenhydrate bestehen auch Fette und Proteine aus mehreren Einzelteilen. Die Bauchspeicheldrüse stellt in erster Linie die Werkzeuge bereit, mit denen diese Großmoleküle aufgespalten werden können. Im Beispiel von eben ist sie es gewesen, die der Verdauung den Hammer gegeben hat. Diese Werkzeuge werden auch als Enzyme bezeichnet. Und diesen Begriff hast du bestimmt schon einmal gehört. Aber die Bauchspeicheldrüse ist ein echtes Multitalent. Sie kann nämlich noch weitere Aufgaben erledigen. Sie hat nämlich auch die Aufgabe, den Blutzucker zu messen. Und das macht sie andauernd, in jeder Sekunde, den ganzen Tag über, und das ein Leben lang. Sie misst also den Blutzucker und merkt dann, ob dieser Wert zu hoch oder zu niedrig ist. Ist er zu hoch, kann sie, wenn man kein Diabetes hat, Insulin produzieren und ausschütten. Und das passiert immer, wenn man Kohlenhydrate isst. Ist der Blutzuckerwert aber zu niedrig, blockiert sie das Insulin, indem sie den Gegenspieler Glykagon ausschüttet. Glykagon wird in die Leber gebracht und sagt dieser, dass sie Zucker in das Blut geben soll. Die Bauchspeicheldrüse kann also den Blutzucker nicht nur messen, sondern aktiv regulieren. Denke jetzt vielleicht mal einen Moment nach und du wirst selber darauf kommen, warum ein langweiliges Toastbrot nicht so satt macht, wie beispielsweise ein Vollkornbrötchen. Im Kern haben wir das Problem, dass wir also Kohlenhydrate nicht mehr richtig verwerten können. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir unseren Körper genau dabei unterstützen. Und zwar indem wir genau die Funktion der Bauchspeicheldrüse ersetzen, die nicht mehr richtig funktionieren. Da unsere eigene Insulinproduktion leider komplett kaputt ist, müssen wir dieses Insulin von außen komplett ersetzen. Insulin ist dafür zuständig, dass die kleinen Zuckerteilchen, die aus der Verdauung von Kohlenhydraten entstehen, genau dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht werden, nämlich zu den Körperzellen. So werden diese Zellen dann mit Energie versorgt. Damit wir jetzt aber wissen, wie viel Insulin wir genau brauchen, müssen wir zwei Dinge beachten. Erstens müssen wir wissen oder gut abschätzen können, wie viele Kohlenhydrate wir über die Nahrung jetzt aufnehmen. Und das ist das sogenannte Schätzen von Kohlenhydraten. Wie das genau funktioniert, habe ich schon einmal in diesem Video hier erklärt. Schaut da gerne bei Bedarf rein. Und zum anderen müssen wir wissen, wie viel Zucker schon im Blut ist. Und das erreichen wir, indem wir den Blutzuckerwert messen. Zwar kann unsere Bauchspeicheldrüse den aktuellen Blutzuckerwert noch messen, aber da die angeschlossene Insulinproduktion ja kaputt ist, erreicht diese Information über den aktuellen Blutzuckerwert nicht mehr den richtigen Ansprechpartner. Und deswegen müssen wir den Blutzuckerwert selber messen. Und da hat sich in den letzten Jahren wirklich eine Menge getan. Und das wird auch Thema des nächsten Videos sein. Das Ziel der Diabetes-Therapie ist es, dass du durch deine eigenen Handlungen, also konkret messen, schätzen und spritzen, den Blutzuckerwert in einem möglichst normalen Bereich hältst. Im Optimalfall, also wenn du das wirklich gut drauf hast, dann hast du gar nicht so groß andere Werte wie ein Mensch ohne Diabetes. So kannst du wirklich effektiv Folgeerkrankungen auch vermeiden. 1. Wissen über Diabetes Typ 1 aneignen Je besser dein Verständnis ist, desto leichter wird es dir fallen, mit deinem Zucker umzugehen. 2. Umgang lernen Um deinen Blutzuckerwert perfekt zu beeinflussen, musst du wissen, welche Werkzeuge es gibt, um deinen Job erledigen zu können. Je besser du deine Werkzeuge kennst, desto besser kannst du deine Aufgabe auch erledigen. 3. Es ist doch ein Erfolgserlebnis, gute Blutzuckerwerte zu haben. Ist es nicht ein tolles Gefühl, morgens mit einem guten Wert aus der Nacht zu kommen? Dein Alltag wird auf einmal leichter, die eine oder andere Sünde im Alltag fällt nicht mehr so stark ins Gewicht und du vermeidest die Entstehung von Folgeerkrankungen. 4. Alles in allem eine bessere Lebensqualität hast Es mag jetzt vielleicht nach Ironie klingen, aber ich führe heute mit Diabetes ein viel gesünderes Leben, als das vor der Diagnose der Fall gewesen ist. In der Rückschau betrachtet, das Ganze ist jetzt vielleicht so 10 Jahre her, wo ich meine Diagnose bekommen habe, betrachte ich meine Diagnose als eine Art gelbe Karte, als eine Verwarnung, dass ich mich viel besser um meine Gesundheit kümmern sollte. Und heute ist es so, dass ich meiner Gesundheit die Priorität einräume, die sie auch wirklich verdient. Das war es jetzt aber erstmal soweit mit dem ersten Video dieser kleinen Serie. Nächste Woche geht es dann an dieser Stelle weiter. Und zwar schauen wir uns dann im zweiten Teil einmal an, welche Möglichkeiten wir jetzt genau haben, den Blutzuckerwert auch zu messen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, dann bis nächste Woche, dein Nils.